Manchmal übersehen wir Gott einfach. Und hier will ich eine andere Geschichte erzählen, eine der bekannteren Vedanta-Geschichten. Zwölf Menschen entschieden sich, sie gehen auf Pilgerreise. Sie wollten zu wichtigen Städten gehen und wollten dort über die Pilgerreise sich irgendwie reinigen. Alte Gedanken loswerden, sich mit dem Göttlichen verbinden. Und so, als sie einige Tage gegangen waren, kam dann ein Fluss und den mussten sie überqueren. Das war nicht so einfach. Und als sie den Fluss überquert hatten, wollten sie zählen, ob noch alle zwölf da sind. Und dann zählten sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nur elf. Der andere zählte auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Was ist passiert? Wer ist gestorben? Und sie suchten unten ab und lamentierten. Keine Leiche angetrieben. Niemand. Und was noch schlimmer war, keiner wusste, wer fehlt. Sie sagten, was sind wir für eine Gruppe? Wir gehen tagelang pilgern miteinander und eigentlich wollen wir liebevoll uns umeinander kümmern. Das gehört dazu. Und wir wissen noch nicht mal, wer fehlt. Wir haben jemanden vergessen. Wie kann das sein? Dann kam ein Wanderer vorbei. Ein Pilger, der kam von der anderen, kam wieder zurück. Ich sah die so ganz verzweifelt. Was ist denn mit euch los? Wir waren zwölf und sind nur noch elf. Und wir wissen noch nicht mal, wen wir verloren haben. Tage sind wir miteinander gewandert. Und der Wanderer zählte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf. Wen hatten alle vergessen? Sich selbst. Und so sind wir auch auf einer Reise, auf einer Pilgerreise. Dass wir gar nicht wissen, dass wir auf einer Pilgerreise sind. Oder viele wissen es nicht. Und wir spüren immer, irgendwas fehlt. Menschen in unserer Gesellschaft haben immer das Gefühl, irgendwas fehlt. Ich brauche ein größeres, größere Wohnung, einen größeren Hund. Ich brauche bessere Kleidung, ein besseres Handy, ein größeres Tablet, eine bessere App, einen liebevolleren Partner. Oder mindestens den gleichen, den muss ich mir anders erziehen. Irgendwie muss ich ihn hinkriegen. Es ist schwierig, wenn dann beide sich gegenseitig hinkriegen wollen. Eltern haben manchmal noch die Illusion, dass man wenigstens die Kinder hinkriegt. Spätestens im Teenie-Alter verschwinden diese Illusionen. Irgendwie merken wir, es fehlt etwas. Und wenn wir immer nur im Äußeren suchen, stellen wir immer fest, es fehlt etwas. Jetzt darf man die Geschichte nicht falsch interpretieren. Manche sagen, ja stimmt, ich komme jetzt zuerst. Nicht mehr die anderen, sondern ich. Ich und meine Bedürfnisse. Nach einem dickeren Pullover, einem besseren Handy, mehr Freizeit und so weiter. Und dann, wenn man sich da ausreichend drum gekümmert hat, dann fehlt einem immer noch etwas und die Freunde fehlen einem auch. Und vielleicht eine vernünftige Arbeitsstelle auch. Aber mindestens hat man jetzt wieder etwas, wo man im Äußeren suchen kann, was einem noch fehlen kann und weiter rennen kann. Natürlich muss man sich um den Körper kümmern, natürlich muss man sich um die Psyche kümmern. Aber ich persönlich sage immer, für manche mag das funktionieren. Ich kümmere mich um mich und dann kümmere ich mich um andere. Und dann irgendwo Work-Life-Balance und Service-Self-Care-Balance. Und ja, wenn man das ausdrücken will. Ich selbst finde es besser, dass ich sage, um langfristig dienen zu können, muss ich dem Körper und die Psyche auch irgendwo dafür sorgen, dass die langfristig dienen können. Und man kann nur so viel geben, wie man irgendwie gesorgt hat, dass sich die Schleusen öffnen, dass man geben kann. Und dann kann es manchmal das Beste sein, was man machen kann für andere, dass man zwei Tage nur Pranayama übt. Dann haben alle was davon. Niemand hat was davon, wenn man auf dem Zahnfleisch kriecht und sagt, ich muss dir jetzt helfen lassen. Aber das, was wirklich fehlt, ist nicht, dass man sich um sich selbst kümmert. Denn auch wenn man sich ständig um sich kümmert, bringt auch nichts langfristig. Noch tiefer gehen. Das, was tief im Inneren wir brauchen, das ist unser wahres Selbst. Wenn wir dieses wahre Selbst spüren, dann ist alles okay. Dann fehlt nichts mehr. Oder, wie es Swami Vishnu Devananda manchmal gesagt hat, jede Mengen von Nullen sind immer noch Null. Wenn man eine Eins davor macht, dann haben alle Nullen hinten dran auch eine Bedeutung. In diesem Sinne, wenn irgendwo die tiefe spirituelle Bezug fehlt, bleibt es irgendwo schal. Wir können uns ablenken und vieles machen. Aber wenn der spirituelle Bezug da ist, dann macht plötzlich alles seinen Sinn. Auch ein kunterbuntes, emotionales Leben und vieles andere auch. In diesem Sinne ist es gut, ein hohes Ideal zu haben. Es ist gut, eine Richtung zu haben. Und es ist auch gut, irgendwo zu überlegen, wie will ich hingehen. Und dann ist es gut, sich bewusst zu machen, Mensch denkt Gott, lenkt. Man supposes Gott, disposes. Und es bleibt, dass wir demütig sein können und sollten. Gegenüber anderen, gegenüber Gott und sogar gegenüber dem vielen, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und es ist ja auch gut, dass wir vieles nicht unter Kontrolle haben. Und es ist auch gut, dass Leben interessant bleibt. Und es ist auch gut, dass wir uns unter Kontrolle haben.